Bahnsteig 1C bis D Intercity 512 nach Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Die erste Klasse befindet sich in Sektor C. Attention please! Intercity 512 to Salzburg Hauptbahnhof is arriving at platform 1C to D. The first class is located in Sektor C. Die erste Klasse will be let's be ran in at a conservatischen Radek. Der Klasse ist ein Ange-Lowen-Vmediener. Er hat in dreigückeln gehört.